Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der BMW Group. So sieht individuelle Mobilität von morgen aus. Wir bringen Sie auf die Straße, und zwar in diesem Jahr. Daran sehen Sie, wir reden nicht, wir handeln. Weil wir von der Elektromobilität als Zukunftstechnologie überzeugt sind. Wie wir alle wissen, die Welt wird sich verändern. In den Megacities hat das Auto nur dann eine Zukunft, wenn wir heute die richtigen Schritte von emissionsarmen bis hin zu emissionsfreien Technologien einleiten. Für uns steht fest, Freude am Fahren funktioniert auch ohne Emissionen. Meine Damen und Herren, die BMW E-Familie ist ein Beispiel dafür, wie wir bei der BMW Group vorausdenken. Unser Ziel ist es, dem Kunden immer wieder innovative Lösungen zu bieten, die seinen individuellen Bedürfnissen entsprechen und für ihn, für den Kunden, einen Mehrwert bedeuten. Genau dafür steht das Fahrzeug, das wir Ihnen jetzt präsentieren. Eine echte Weltpremiere. Hier ist der BMW 3er Grand Tourisme. Mit dem 4-3-7-Eleis. Mit dem 4-3-7-0-OW-Tourisme. Mit dem 4-7-5-0-Wiet-Retit. Mit dem 4-7-0-Wiet-Retit. Mit dem 4-7-0-Wiet-Retit. Die 2-8-OH-Wiet-Retit. Wir sind eine Art 5-7-0-Wi-A-N-S-T. Die 2-8-0-Wi-A-N-S-T. Die 3-8-4-5-A-N-S-T. Ich bin 5-8-0-Wi-A-N-S-T. Die BMW 3er-Reihe hat den weltweiten Ruf der Marke BMW entscheidend mitbegründet. Seit der ersten Generation im Jahr 1975 bis zur aktuellen sechsten Generation ist sie die erfolgreichste Baureihe im Premium-Segment. Der BMW i3, meine Damen und Herren, und der BMW 3er GT sind nur zwei der neuen Modelle, die wir in diesem Jahr bei BMW Mini und Rolls-Royce auf den Markt bringen. Nach dem Rekordjahr 2012 wollen wir 2013 beim Absatz auf Group-Ebene wieder zulegen. Mit 250.000 verkauften Fahrzeugen in den ersten beiden Monaten sind wir besser in das neue Jahr gestartet als je zuvor.